ich probiere es einfach mal aussehen den du da unten den kennt ihr vielleicht der sieht ungefähr so aus wie ich okay beziehungsweise darum guten tag werdet ihr jetzt in der meson manga ich wollte euch einfach mal vielen vielen dank sagen warum werde ich euch oder sage ich danke das ist im grunde ganz einfach ich habe heute bemerkt heute früh ich konnte erst später aufnehmen deswegen kommt das video vielleicht auch erst ein bisschen später 1300 und 1 in dem fall sogar abonnenten wir haben eine runde zahl geknackt ich habe mir nur 100 jahre dafür gebraucht aber ist trotzdem geil ich freue mich es ist jetzt die sitzt nicht sagen umwobene zahl und ich weiß viele user und abonnenten sind davon auch tot aber das ist mir egal die zahl zeigt dass in letzter zeit wieder ordentlich die abonnenten steigen und das heißt leute interessieren sich tatsächlich für das was ich tue und das ist cool deswegen dürft ihr euch gerne mal auch selber auf die schulter klopfen dass ihr es überhaupt so weit ausgehalten habt vielen vielen dank auf jeden fall an euch mega mega cool auch an den support der kommt und kommen wird und was auch immer wie ihr euch selber entscheidet das ist alles nicht selbstverständlich und vielen vielen dank dafür auf jeden fall es ist so ich habe mir überlegt soll ich irgendwas machen ich kann aber euch eigentlich nichts anbieten außer videos die sowieso so schon mache und die euch hoffentlich interessieren ich habe eine belegung gemacht dass ich vielleicht euch einfach empfehle anbiete 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 dass ich euch einfach etwas doch anbieten tour tuten tun mein deutsch warte mal ich möchte euch etwas anbieten formulieren was so so klingt wenigstens okay für meinen kopf ich möchte euch etwas anbieten und zwar ein q&a ich schlage euch vor lass uns wieder ein q&a machen ich weiß nicht wann das letzte her ist ich habe das gefühl nicht dürfte jetzt auch schon wieder eine weile her sein lass uns mal wieder ein q&a machen das heißt wenn ihr fragen habt oder beziehungsweise ihr habt fragen ja ja ich weiß sie abfragen mindestens eine habt ihr eine frage mindestens ihr dürft auch gerne mehrere stellen aber mindestens eine müsst ihr euch jetzt überlegen drückt jetzt pause überlegt euch die frage und schreibt die in die kommentare mit rein und dann werde ich sagen wir mal im laufe der nächsten woche in diese kommentare reinschauen die könnten mir das auch gerne über twitter oder sonst was schicken ihr habt ja mittlerweile möglichkeit dass über google mail oder über twitter oder so also mehr somanga gmail.com könnt ihr mir über e mail schicken oder eben halt über twitter mehr somanga auf twitter finden also es gibt genug möglichkeiten mich zu kontaktieren auch discord server unten in der video beschreibung könnt ihr auch auf unseren kleinen aber feinen discord server da wo fast nichts los ist aber wenn ihr mich kontaktieren wollt ist das die beste möglichkeit oder generell wenn ihr fragen zu videos oder sowas habt da bin ich auf jeden fall da und am start es ist zwar ruhig aber wenn ihr mich anpinnt und mir eine frage stellt dann kann ich dann werde ich euch antworten weil da passiert so wenig da werdet ihr sicherlich eine antwort kriegen hat er auch kann er auch seine vorteile haben definitiv und es sind schon ein paar leute auf mich zu gekommen über discord deswegen ist das definitiv möglich genau schreibt mir da einfach eure fragen rein ab vielleicht aber ihr seid ja schon cool und habt es jetzt schon in den kommentaren vielen vielen dank dafür und dann werde ich ein q&a video zusammenstellen und euch mal die fragen beantworten ist mir eigentlich auch egal was ihr fragt also ich kann ja selber noch spontan entscheiden ob ich die frage vorlese oder ob ich die frage beantworte oder ob die zu privat ist dazu aber generell fragt mich alles ihr könnt mich auch nur über anime manga japanische videospiele und so weiter fragen ausfragen ihr könnt aber auch andere sachen mit rein streuen habt einfach spaß und überlegt euch irgendwas und dann werde ich euch vorlesen und q&a hat machen ihr kennt ich denke ihr kennt das ziemlich ich denke das ist die einzige möglichkeit irgendwie was zu machen weil der rest ist ja ich mache ja sowieso schon videos kann ich noch mehr videos wer findet ihr wahrscheinlich gar nicht so geil glaube ich weiß es sind jetzt schon viel zu viel deswegen ja ich habe natürlich auch nicht dass eure schätze format vergessen wo ich eure manga anime sammlung angucke und kommentiere aber das braucht immer eine weile und ich brauchte meine ruhe und ich brauche dann die gewisse motivation weil das da ihr habt ja gesehen die letzten parts waren schon riesig und dementsprechend das muss ein bisschen vorbereitung auch geistige vorbereitung dran damit einher kommen und deswegen verzögert sich das immer so ein bisschen ich habe euch nicht vergessen alle die mir was geschickt haben bisher und ihr könnt auch immer noch nach wie vor schicken sind safe es wird eines tages passieren also safe in den nächsten wochen wird es wieder was geben auf jeden fall ich brauche nur ein bisschen länger damit weil wie gesagt das ist das ist ein commitment teilweise die videos die ich hier mache weil das sind teilweise wirklich ein zwei drei stunden oder so wo ein kompletter tag weg geht für und das letzten endes sind es videos wo ich teilweise einfach gefühlt mit mir selber und einer kamera spreche fühlt sich manchmal auch ein bisschen komisch an und genau da müsst ihr einfach ein bisschen geduld haben aber es kommt auf jeden fall keine sorge ich habe euch nicht vergessen und jeder kommt dran hundertprozentig nur halt nicht alle in einem rutsch das ist schlicht und ergreifend nicht möglich ihr habt alle auch wirklich große sammlung so aber noch mal wie gesagt nur dass ihr denkt aber wir hatten doch schon sowas das wird auch parallel weiter laufen immer mal wieder diese q&a geschichte ist aber jetzt was einmaliges da bitte ich euch einfach alle möglichen fragen die euch gerade so einfallen schreibt ihr in die kommentare und die werden dann in diesem video vorkommen wie gesagt ich würde einfach mal sagen so bis sonntag montag so in dem dreh irgendwie so könnt ihr fragen reinschreiben und im laufe der nächsten woche werde ich dann dieses q&a video angehen okay ich denke das ist ziemlich okay formuliert ich denke ihr habt verstanden falls es doch noch zu fragen kommen könnte sollte tuten tun dann dürft ihr gerne in die video beschreibung ne nicht in die video beschreibung da dürft ihr nicht schreiben weil dafür braucht ihr mein passwort das ist so dumm lang langsam in die kommentare könnt ihr dann natürlich fragen stellen falls ihr irgendwelche habt genau jetzt ist aber schluss jetzt habe ich alles gesagt genau und einfach noch mal vielen vielen dank für 1300 plus abonnenten mega mega geil und ich hoffe da kommen noch mehr dazu einfach weil ich möchte dass die kommentare ein bisschen mehr gefüllt werden dass die leute ein bisschen mehr was schreiben dass bisschen interaktion stattfindet da hätte ich bock drauf wirklich wirklich bock drauf das macht die videos halt noch schöner die man produziert wirklich war das macht einfach noch schöner und eine sache möchte ich noch sagen oder einfach noch mal noch mal ein zusätzliches lob an euch ich war bin immer noch also für mehr so manga verhältnisse muss man dazu sagen so fucking begeistert dass ein podcast so wo ich band für band für band quasi so wie bei angel leute manga montag mäßig das ganze aufarbeite und quasi den manga euch mehr oder minder vorlese das war so ganz simpel zu erklären dass dieses format in form von mermaid melody pgpgp im letzten also das letzte video das vorletzte das ist so gut ankam bei euch das ist das finde ich hammer wirklich das ist das hat mich ein bisschen sprachlos gemacht weil gerade diese podcast formate wo man mein face nicht sieht und so die kommen eigentlich selten so gut an die meisten leute haben da eher nicht so bock drauf gab auch schon ein paar dislikes die zwar keine sau von euch seht aber ich wo ich mir dann immer denke ja scheinbar podcast formate auf youtube hat nicht jeder bock drauf aber alter wow ich war echt ein bisschen begeistert vor allem von den likes des marktwitz für außenstehende oder für manch andere die jetzt nicht viel nach viel aussehen aber für mehr so manga verhältnisse und dann für ein podcast wo man wirklich nur stimme hört alter geil geil also da freue ich mich da habe ich ja direkt halt motivation bekommen auf jeden fall da weiter zu machen ich werde es nicht jeden montag schaffen wahrscheinlich weil das einfach schlicht und ergreifend nicht möglich ist aber immer an einem montag wird auf jeden fall dieses format statt weiterhin stattfinden und ja ich hoffe ihr supportet es auch weiter und mega also da war ich einfach nur begeistert das hat mir wieder gezeigt dass es doch ausmacht dass wenn mehr leute mal auf den kanal kommen und ich habe auch das gefühl dass vielleicht der ein oder andere von euch gesagt hat hey wir teilen mal ein video von nach außen tragen und das spürt man auf jeden fall das ist einfach geil ich werde jetzt nicht reich ich werde jetzt auch davon nicht monatlich überleben leben können das geht einfach schlicht und ergreifend nicht das ist dazu ist es viel zu wenig aufruftechnisch und so weiter aber ich bin momentan echt glücklicher denn je weil damit habe ich einfach nicht gerechnet und das ist sehr cool und die leute die dann auch noch monatlich unterstützen oder hier und da eben halt was schicken oder sowas mega also wow das ist ziemlich cool ich kann es nicht anders formulieren deswegen fetten dank an euch wie gesagt ihr dürft euch gerne auf die schulter klopfen ihr seid mega und bleibt so und ich hoffe dass ich euch weiterhin den content liefern kann den ihr mögt aber ihr dürft immer eines nicht vergessen ich mache content für alle die alle anspricht aber auch nicht jeden das heißt manchmal wird es es ist alles so vielschichtig dass es manchmal formate gibt die werdet euch nicht gefallen oder themen werden euch nicht interessieren und dann wiederum wird es themen geben weshalb für ihr vielleicht den kanal abonniert habt und das interessiert euch und deswegen einfach meine allgemeine bitte noch mal bleibt mir treu wenn ihr mal ein video nicht mögt oder ein podcast nicht interessiert ignoriert den einfach es wird wieder was kommen was euch gefällt ich gebe mir da wirklich mühe so so einen bunten blumenstrauß wie nur möglich zu sein weil das ist es das ist die idee hinter mehr so manga und ich stehe nach wie vor dafür und dazu und ich möchte es weiterhin auch machen weil mir das auch spaß macht ich liebe alles mögliche und ich möchte alles mögliche auch mit reinbringen das ist kein reiner manga kanal das ist ein alles mögliche kanal was otaku kram angeht und ich denke das ist ein cooles konzept was so wenige glaube ich auf youtube generell haben haben halt tausend kanäle dafür ich mache halt alles auf einem und wenn dann jemand sagt ich abonniere dich trotzdem mega geil und wenn du das vielleicht jetzt hier siehst und du hast noch nicht abonniert dann sage ich nur einfach doch probier es mal mach es einfach mal gibt trau dich einfach mal hier drück auf den abonnierbutton und gib einfach mehr so maga mal eine chance würde mich auf jeden fall freuen und worauf ich mich auch freuen würde ist wenn ihr die glocke aktiviert und zwar nicht damit ihr videos verpasst oder sowas ist mir egal da könnt ihr das könnt ihr handhaben wie ihr wollt es geht mir mehr darum dass wenn ich mal eine info raushauen möchte dass sie ankommt weil oft habe ich so das gefühl dass nicht jeder das abonniert und ja dann wird es schwierig eine andere sache noch eins eins dann bin ich dann bin ich raus ich schwöre bei ismingen noch gerade eingefallen das wollte ich in euch nämlich auch noch also wie gesagt ihr schreibt kommentare unten in die video beschreibung oder auf twitter oder sonst was eure fragen für das q&a bis sonntag montag irgendwie sowas damit ich damit arbeiten kann und video dazu mache aber noch was anderes es gibt ja auf youtube die möglichkeit wenn ihr ihm wenn ihr quasi dinge abonniert dass ihr das quasi verheimlicht sozusagen oder also dass sie quasi leute abonniert aber euch nicht erkenntlich zeigt das ist für uns content creator genauso das heißt wenn ich in die abonnenten angucke dann ist es so dass ich nur die sehe dies zulassen dass andere leute sehen dass sie leute abonniert haben ich mache euch jetzt einen vorschlag und zwar wenn ihr wollt ich möchte mal in eure bei euch reingucken habe ich einfach mal überlegt das ist ein cooles konzept und ich habe da bock drauf ich will euch einfach mal bei euch reingucken und gucken ob ihr auch content creator seid oder ob ihr auch irgendwelche videos macht und ich möchte da einfach mal so ein paar reaction videos machen einfach mal ich gucke einfach mal bei euch rein und bei euch abonnenten ich fange von den aktuellen neuesten an und gehe dann halt irgendwie runter ich werde werde auch nicht alle zeigen auch nicht jeder hat da einen kanal also wo content drauf ist aber ich will einfach mal reingucken einfach mal reinschnuppern mal kurz bisschen zu reagieren und dann wieder den nächsten user anklicken und gucken ob der irgendwas interessantes hat hochgeladen hat weil ich habe das nie gemacht und ich würde es einfach mal interessieren ob ihr auch teilweise content creator seid und so weiter bei ein paar weiß ich es bei ein paar weiß ich es nicht und ich würde es einfach gerne machen das heißt wenn ihr wollt dass ich zu eurem kram react sozusagen oder euch einfach generell mal bisschen shoutout gebe auch wenn ich nicht weiß ob ein shoutout von mesa manga ist wirklich so bringt aber hey dann versucht einfach die einstellung zu finden ich weiß nicht wo die ist müsst ihr selber gucken wo ihr einstellt dass andere leute sehen was sie abonniert weil dann sehe ich euch nämlich erst ansonsten kann ich weiß ich nämlich nicht ob ihr mich abonniert hat oder nicht ja und dann werde ich nach diesem prinzip einfach mal stück für stück für stück äh leute raussuchen und die natürlich also nur die die videos haben und einfach mal ne reaction format halt wieder mal machen ich habe ja hier und da mal eins gehabt und ja vielleicht habt ihr bock drauf und macht es und wenn ihr es nicht wollt dann könnt ihr gerade das gegenteil machen dann könnt ihr euch quasi da quasi damit seid ihr dann offiziell raus ansonsten schauen wir einfach mal was meine abonnenten denn so machen sagt vielleicht auch ganz spannend so aber nun genug ich möchte noch mal erwähnen einfach weil ich so viel zwischen geredet habe und ich immer angst habe dass die leute es dann wieder vergessen haben q&a falls ihr fragen habt bitte schreibt sie individuelle in die kommentare rein oder schreibt sie mir über twitter damit ich dann ab montags haben wir spätestens dann damit loslegen kann und eventuellen video mache für mitte der nächste woche oder sowas so jetzt bin ich raus vielen vielen dank fürs zuhören und vielen vielen dank für 1300 plus abonnenten ich hoffe wir kommen auf 1310 das ist mein großes nächstes ziel das klingt für viele jetzt albern aber bei mir ist es so bei mir gehen drei hoch zwei gehen runter vier gehen hoch fünf gehen runter das ist ein ständiges auf und abnehmen und es ist nie sicher es ist nie sicher wie viele ob ich jetzt und wenn ich dieses video machen könnte es sein dass leute wieder deabonniert haben und die 1300 eins nicht mehr der fall ist aber trotzdem die tatsache dass ich es bis dahin zumindest mal geschafft habe das ist für mich ein persönlicher meilenstein den anderen leuten vielleicht egal ist aber mir nicht weil ich kämpfe um jeden einzelnen abonnenten und das ist cool in diesem sinne ich bin euer rené von der meso manga bis dahin und tschau bis zum nächsten mal tschau tschau schau bis zum nächsten mal jetzt bis zum nächsten mal und kann das w